Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal WorldControl RC. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist und dir dieses Video einmal anschaust. Heute geht es um eine bekannte Schwachstelle des Traxxus TRX4, nämlich das Längsservo. Das Längsservo, ich weiß nicht warum, geht öfter mal kaputt. Bei meinem neuen Traxxus TRX4, den roten, hat das ganze, das originale Servo circa, ich sag mal so 10 Akkuladungen gehalten, dann war das ganze durch. Dieses Modell hier habe ich gebraucht gekauft und auch der Vorbesitzer musste diesen Längsservo bereits austauschen, hat aber meiner Meinung nach einen Fehler gemacht und zwar hat er das gleiche Servo nochmal wieder gekauft und das ist etwas, was ich persönlich nicht machen würde, denn meine persönliche Meinung ist einfach, dass das original Traxxus Servo hier einfach ein wenig zu schwach ist und zu fehleranfällig. Als nächstes stellt sich dann natürlich die Frage, welchen Längsservo baue ich denn jetzt eigentlich ein? Was nehme ich denn? Das kann man natürlich im Internet so ein bisschen schauen und findet welche von Power HD, da sind viele mit zufrieden, die sind ziemlich günstig und sollen ganz gute Werte versprechen. Wobei der ein oder andere jetzt aber auch schon gesagt hat, ey, dieses Power HD Servo, da steht drauf, das kann 25.000 Kilo, macht aber nur irgendwie 15 Kilo. Also dass diese Werte, die angegeben sind und was letztendlich bei rumkommt, das unterscheidet sich bei dem einen oder anderen doch schon etwas stärker. Wenn ich jetzt natürlich wirklich gute Qualität haben möchte und auch bereit bin, etwas mehr Geld auszugeben, dann entscheide ich mich sicherlich für ein Savöx Servo oder für ein Servo aus dem Hause Coralie. Ich möchte dir jedoch heute ein Servo vorstellen, was vielleicht gar nicht so viele auf dem Schirm haben, womit ich aber tatsächlich gut zufrieden bin und wo ich persönlich denke, dass hier das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach passt. Ich habe das Servo hier vorne liegen und zwar ist es ein digitales Servo von Amevi. Dieses Servo hier ist bereits von Haus aus wasserdicht, soll laut Beschreibung im Netz zwischen 16 und 21,8 Kilo machen. 21,8 Kilogramm Stellkraft ab, ich glaube, 6 Volt und bei 4,6 Volt liegt das Ganze irgendwo bei 16 Kilo. Was mich jedoch immer wieder irritiert ist, ab 6 Volt 21,8 Kilogramm und hier auf der Verpackung steht 18 Kilogramm Stellkraft. Das irritiert mich tatsächlich, weil der Hersteller gibt es hier auch auf der Verpackung, ich sehe es gerade nochmal an, ab 6 Volt 21,8 Kilo und hier vorne auf der Verpackung steht 18 Kilo. Darüber kann man jetzt streiten, vielleicht hat der ein oder andere hier schon mal einen kleinen Test gemacht und kann vielleicht unten in den Kommentaren schreiben, wie viel Kilogramm dieses Modell jetzt tatsächlich macht. Mir persönlich ist es eigentlich egal, weil mir kommt es darauf an, dass ich im Gelände gut unterwegs bin und ich finde, es könnte hier und da ein klein wenig mehr Power haben, aber ich bin völlig damit zufrieden und das Preis-Leistungs-Verhältnis passt für mich. Was kostet dieses Servo? Dieses Servo bekommst du im Internet unter anderem ab etwa 22 Euro ohne Versandkosten. Bei mir im Modellbauladen liegt es so um die 30, wenn du die Möglichkeit hast, das ganze Modellbauladen zu kaufen, würde ich das auf jeden Fall tun. Ansonsten im Internet, beim Chinamann oder sonst wo bist du mit Versandkosten zwischen 27 und 30 Euro. Okay, was benötigst du, wenn du dir den Lenkservo hier gekauft hast, um das Ganze jetzt hier einzubauen? Du brauchst einen Imbusschlüssel, 2,5 mm für die Schrauben hier vorne am Servo und einen 2 mm Imbuss, um hier deine wasserdichte Empfängerabdeckung zu lösen. Ansonsten habe ich jetzt hier noch zwei Kabelbinder mit dazu gelegt. Hier sind zwar schon solche Vorrichtungen, wo man das Kabel herführen kann, aber für den Notfall zwei kleine schwarze Kabelbinder, um das Kabel an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch zu fixieren, damit das Ganze schöner aussieht. Was machst du als erstes, wenn du ein neues Servo einbauen möchtest? Du musst als erstes unter dem Fahrzeug erst mal dein Servohorn anlösen. Das siehst du jetzt so gut wie gar nicht. Ich kann dir auch sagen, warum hat einen ganz einfachen Grund. Man kommt ganz beschissen dran. So, ich schaue mir jetzt mal an, wie ich da am besten drankomme und das zeige ich dir gleich. Ich habe jetzt, wie ich finde, eine ganz gute Möglichkeit hier gefunden und zwar kannst du am besten beginnen, indem du hier vorne das Servohorn von deinem Lenkgestänge löst. Das machst du mit einem 2 mm Imbuss und ich empfehle dir dazu auf jeden Fall das Ganze hier per Hand zu machen mit so einem Schraubendreher. Du kannst gerne später für die anderen Schrauben einen Akkudreher verwenden. Das würde ich jetzt noch nicht tun, weil hier brauchst du tatsächlich ein wenig Gefühl, um das Ganze zu lösen und wenn du da direkt mit einem Akkuschrauber dran gehst, dann besteht hier die Gefahr, dass du die Schraube rund machst und das ist an der Stelle wirklich nicht schön. So, ich beginne jetzt hier zwischen unserem Differenzial und hier dem Lenkgestänge einmal diese Schraube vorsichtig zu lösen, damit wir erstmal das Lenkgestänge hier von unserem Kunststoff Servohorn wegbekommen. So, du siehst, das ist eine ganz normale Schraube hier, die ist jetzt nicht so wahnsinnig lang. Na, wo sieht man es denn? Hier vorne ist das glaube ich ganz gut. Und schon haben wir hier unser Lenkgestänge von dem Servohorn gelöst. Als nächstes drehen wir das Fahrzeug einmal um und können jetzt hier den Lenkservo ausbauen. Das Ganze machen wir jetzt mit 2,5 mm Imbus und hier können wir ruhig einen Akkuschrauber verwenden. So, ich habe jetzt hier die ersten 4 Schrauben von dem Lenkservo angelöst, das heißt es lässt sich jetzt bewegen und als nächstes öffne ich dann jetzt hier unsere Abdeckung im Hintergrund, um das Servokabel hier aus unserem Empfänger entnehmen zu können. Jetzt löse ich das Ganze hier. Dann lässt sich diese Abdeckung hier einfach entnehmen. Das ist sozusagen hier unser kleiner wasserfester Eingang für die Leute, die das noch nicht gesehen haben. Ich kann es hier mal zeigen, hier ist ein bisschen Schaumstoff. Hier laufen die ganzen Verbindungen von einem Ready-to-Run-Fahrzeug durch. Und dieses Schaumstoff sorgt dafür, dass hier halt kein Wasser so ohne weiteres reinlaufen kann. Deswegen ist dieses Fahrzeug spritzwassergeschützt. Als nächstes können wir hier die große Abdeckung abnehmen. Hier habe ich mein Lichtset drunter, das sieht also normalerweise nicht so aus. Und jetzt mache ich mich auf die knifflige Suche nach dem Lenkservo. Wenn du nicht genau weißt, auf welcher Steckverbindung sich jetzt hier das Lenkservo befindet, kannst du schon mal das Kabel hier leicht rausnehmen aus der Führung und siehst dann natürlich ganz einfach, wo dein Kabel hinläuft. Und siehe da, mein Lenkservo-Kabel ist natürlich hier mit meinem Lichtset verbunden, damit es auch später anständig blinkt. Das Ganze koppel ich jetzt ab. Und führe dann natürlich hier dieses Lenkservo-Kabel unten drunter durch. Und habe dann jetzt somit hier mein Lenkservo hier vorne ausgebaut und kann dieses ganz einfach entnehmen. Hier ist es, das Traxxus 2075X. Das Servo, was bekanntermaßen das ein oder andere Problemchen macht. Dieses Servo-Horn kannst du jetzt noch ganz einfach abschrauben. Und du siehst vielleicht an der Schraube, dass da so ein bisschen blauer Lack dran ist. Und zwar hat der Vorbesitzer auch hier mit Schraubensicherungslack gearbeitet. Das würde ich dir auch hier empfehlen, dass du ein leichtes Lockteil nimmst, damit sich die Schraube an dem Lenkservo durch die Lenkbewegung nicht auf Dauer löst. Jetzt nochmal eine kleine Sache, die viele austauschen, die ich aber nicht mache. Und zwar hier vorne das Kunststoff-Servo-Horn. Ich werde dieses Kunststoff-Servo-Horn lassen. Warum lasse ich dieses Kunststoff-Servo-Horn? Die meisten tauschen das gegen Metall aus, damit das Ganze haltbarer ist und dass das auch nie bricht. Und da ist schon mein Problem. Warum lasse ich dieses Kunststoff-Servo-Horn? Angenommen, er fällt wirklich und knallt irgendwo runter, dann überträgt sich der Schlag auf dieses Servo-Horn. Wenn das aus Metall ist, dann geht die ganze Wucht dieses Aufpralls in das Servo. Das heißt also, ich habe eventuell ein tolles Coralli-Servo, was dann den kompletten Schlag abfedern muss und eventuell dabei kaputt geht. Da sage ich mir, ich behalte lieber mein 2 Euro Kunststoff-Servo-Horn, was die Kraft genauso gut überträgt. Ich habe es noch nie erlebt, dass ein Kunststoff-Servo-Horn beim Crawlen bricht. Denn du hast einen hochwertigen Längservo. Du lenkst gleichmäßig und die Kraft und der Druck steigt ganz gleichmäßig hier in diesem Kunststoff an. Das heißt also, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Servo-Horn bricht, ist für mich im normalen Gebrauch relativ gering. Und selbst wenn, dann kostet mich dieses Servo-Horn 2 Euro. Und wenn das Teil jetzt tatsächlich mal ein Hügel runterfällt, was für mich wahrscheinlicher ist, und hier ein richtig dicker Schlag auf die Lenkung kommt, dann bricht mir doch lieber mein 2 Euro Servo-Horn kaputt, was ich gut dann wieder austauschen muss. Aber dafür bleibt mein hochwertiges Servo erhalten. Also das kann jeder machen, wie er möchte. Ich bleibe hier bei dem Standard-Traxis-Servo hier aus Kunststoff. Das alte Servo hier, das ist noch völlig intakt. Das werde ich jetzt gebraucht verkaufen für den einen oder anderen, der sich dann doch entscheidet, hier das Original zu nehmen. Und ich packe jetzt in der Zwischenzeit mein neues Amevi-Servo aus. Ich zeige dir jetzt hier einmal das originale Traxis-Servo, was wir hier haben. Und hier siehst du jetzt das blaue Servo von Amevi. Es hat ein Metallgehäuse, ein Aluminiumgehäuse. Hier oben besteht es aus Kunststoff. Und von der Form her, von der Größe her, passt es also auch perfekt hier in den Traxis TRX4 hinein. Was war sonst noch im Lieferumfang hier von dem Lenkservo enthalten? Hier ein paar Servo-Hörner, ein paar Schrauben. Die brauchen wir jetzt hier natürlich nicht. Jetzt schauen wir uns nochmal die Kabellänge an. Auch die ist natürlich entscheidend. Und wir sehen schon, das Kabel hier, das ist an sich kürzer als hier bei dem Traxis-Servo. Das Traxis-Servo ist also bedeutend länger, damit wir hier diesen kompletten Weg hier fahren können. Das heißt, was mache ich? Ich werde ganz normal hier dieses Lenkservo wahrscheinlich hier oben durchlaufen lassen, durch meine Abdeckung, wo auch schon das Licht hier durchläuft, um das Ganze auch wieder weitestgehend wasserfest zu haben. und werde das dann hier hinten schließen und das wird nicht hier drunter herlaufen. Was solltest du jetzt tun, bevor du das Lenkservo einbaust? Du weißt natürlich nicht, wie der Hersteller dieses hier ausliefert, ob dieses Servo sich auch wirklich in der Nullstellung befindet. Warum ist die Nullstellung wichtig? Angenommen, ich setze jetzt hier einfach blind mein Servo-Horn drauf, dann kann es später passieren, dass dir der Wagen die ganze Zeit schräg läuft, weil in dem Moment, wo du das Fahrzeug einschaltest, geht das Servo auf den Nullpunkt und dann stehst du da und hast hier die ganze Zeit dein Wagen querlaufen. Das ist blöd, das wollen wir nicht. Wie findest du heraus, ob dein Servo, was du dir gekauft hast, sich nun auf der Nullstellung befindet? Das geht ganz einfach. Und zwar schließt du dein Servo erstmal hier an. Hier bei mir jetzt natürlich an dem Lichtset, was hier zu dem Empfänger geht. Du schließt also dein Servo hier am Empfänger an. Das Ganze hält. Dann gehst du zu deiner Fernsteuerung und stellst die Trimmung einmal auf Null, dass also auch die Fernsteuerung hier einen Nullpunkt hat. Das kannst du hier oben ganz links mit dem Räckchen einmal tun. Als nächstes schaltest du die Fernbedienung ein und wenn du jetzt deinen Traxxus TRX4 einschaltest und sich dein Servo ganz leicht kurz auf Null stellt, dann weißt du, dass es vorher anscheinend nicht zu 100% gerade war. Das machen wir jetzt hier einmal. Ich schalte das Fahrzeug ein und wir beide gucken jetzt mal, ob sich das Servo hier in irgendeiner Form bewegt. So und wie du siehst, hat sich das Ganze hier tatsächlich gut bewegt. Es war also definitiv nicht auf der Nullstellung. Ich wäre also später wahrscheinlich komplett schräg gefahren. Ich lenke jetzt ein, zwei Mal, um zu schauen, ob das Servo auch funktioniert. Das ist ganz wichtig. Und du kannst jetzt schauen, wo lenkt es nach links, wo lenkt es nach rechts. Das Servo funktioniert gut. Das Servo ist schön feinfühlig. Und du hast jetzt hier gleich wieder deine gewünschte Nullstellung. Wenn du deine Nullstellung soweit hast, dann kannst du das Fahrzeug wieder ausschalten. Achte jedoch darauf, dass du bitte hier an dem Rädchen nicht drehst und nichts großartig veränderst. Das Fahrzeug ist nun wieder aus. Ich schaue mir einmal an, wie rum das Servo später eingesetzt wird. Und zwar mit dem Kabel hier nach links. Setze das vorne einmal dran. Und sehe dann ja, wo das Servohorn hinzeigen muss. Und in dem Fall ist es nach links. Und ganz gerade setze ich dann hier das Servohorn drauf. So sieht das Ganze aus. Wenn das ein ganz, ganz, ganz klein wenig schräg ist, ist das Ganze nicht schlimm. Das kannst du später mit der Trimmung an der Fernsteuerung wieder ausgleichen. Aber desto gerade es jetzt ist, desto besser ist es natürlich. Als nächstes nehme ich wieder ein klein wenig Loctite Schraubensicherungslack der Stufe Mittel, um hier die Servoschraube richtig zu befestigen, dass diese auch später richtig gut hält. Wenn du das Servohorn jetzt hier mit der Schraube versehen hast und hier so ein bisschen Schraubensicherungslack auf das Gewinde aufgetragen hast, empfehle ich dir, hier diesen Stecker wieder zu lösen. Denn du möchtest ja, dass die Verkabelung später sauber aussieht. Das heißt, du löst das Servo einmal wieder. Führst dein Kabel hier durch. Und kannst dann mit dem Servohorn da drunter gehen und als nächstes erstmal hier dein Lenkservo, dein neues Festschrauben. Das machst du wieder hier mit deinen Flachkopfschrauben und 2,5 mm Inbus. Das Ganze kannst du ruhig hier wieder mit einem Akkuschraubendreher machen. Mit deinem bisschen Gefühl ist das kein Problem. Und du ersparst dir sämtliche Drehereien. Halte beim Festschrauben am besten den Akkuschrauber etwas locker in der Hand, damit du merkst, wenn der Widerstand kommt und du hier das Plastikgewinde nicht durchdrehst. Das wäre doof. Also schön fest anziehen, handfest anziehen, aber nicht zu weit, denn nach fest kommt ab. Als nächstes drehe ich jetzt das Fahrzeug einmal, damit wir hier wieder unsere Metalllenkestänge an dem Servohorn hier befestigen können. Hier hast du wieder deine etwas längere Schraube. Ich denke, so sieht man das Ganze ganz gut. Und du gehst dann jetzt hier mit deinem Lenkgestänge auf das Servohorn drauf und drehst die Schraube langsam und vorsichtig fest. Hierzu empfehle ich dir den Handschraubendreher, dass du hier nichts überdrehst. Dein Metalllenkgestänge kommt unter das Servohorn. Da siehst du schon die erste Problematik. Die Schraube fliegt dann natürlich erstmal wieder ab. Also vielleicht steckst du die Schraube am besten erstmal hier durch das Lenkestänge. Gehst dann auf das Servohorn und schraubst das Ganze dann fest. So, die Schraube greift. Hier kommt man wirklich schön dazwischen, zwischen Differential und dem Lenkestänge. Zumindest jetzt hier mit meinem Handschraubendreher. Und wenn du das Ganze handfest angezogen hast, dann sollte das ganz prima halten. Als nächstes kannst du jetzt hier deine Kabelführung hier anschauen, wie du dein Servokabel verlegen möchtest. Das mache ich jetzt hier nicht. Du weißt ja, du musst es hier einfach nur herlegen und wieder hier in deinen entsprechenden Channel hineinsetzen. Denn ich möchte gleich noch etwas anderes einbauen und deswegen lasse ich das Ganze hier noch offen. Aber ich schließe es für dich einmal hier an der Lenkung an. Und wir schauen uns einmal gemeinsam an, ob die Lenkung auch funktioniert. Servo ist schön fest. Wie gesagt, du hast jetzt hier dein Kabel schön verlegt. Als nächstes schalten wir die Fernsteuerung an und das Auto. So. Wir haben einen richtig schön gerade Auslauf. Das sieht schon mal super aus. Die Räder stehen also hier schön gerade. Und wir lenken jetzt mal. Und du siehst schon, das Servo ist sehr feinfühlig. Und hat schön Kraft. Auch wenn ich das festhalte, lenkt das Servo gut mit. Für mich reicht dieses Servo völlig aus. Und auch hier jetzt nochmal. Schön feinfühlig. Und du kannst jetzt hier nochmal gucken, ob du einen Lenkeinschlagsbegrenzer, ob du das Ganze einstellen musst, ob du den Lenkeinschlag begrenzen musst. Denn wenn du lenkst und es geht von der Mechanik her, von deinem Lenkestänge nicht mehr weiter, du hörst aber, dass der Servo sich anstrengt und weiterhin versucht hier zu lenken, dann machst du dir auf Dauer dein Servo kaputt. Dann musst du den Endpoint hier einstellen. Wir lenken jetzt nochmal und ich merke, okay, der Servo hört passend auf hier mit meinem maximalen Lenkeinschlag. Und das Ganze auch zur anderen Seite. Das heißt, ich muss bei diesem Servo nichts einstellen. Mein Servo geht so nicht kaputt. Und es funktioniert hier einwandfrei. Das war jetzt hier soweit mein kleines Erklärvideo. Wie tausche ich am besten mein Lenkservo hier bei dem Traxxus TRX4. Und du siehst, es funktioniert wunderbar. Und meine Empfehlung für den Traxxus, wenn du ausreichend Kraft brauchst und dabei auf ein gutes Preis-Leistungsverhältnis setzt, das am Mevi Servo mit 21,8 Kilogramm Stellkraft zum Preis von 22 bis maximal 30 Euro. Wundere dich nicht, hier die Verkabelung habe ich jetzt hier noch nicht in schön, weil ich hier gleich noch was anschließen möchte. Das sieht natürlich, wenn du das hier später wieder schön ordentlich reinlegst und den Kasten zuschraubst, alles ordentlich aus. Es hat mich sehr gefreut, dass du wieder mit dabei bist. Und ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Video wieder vorbeischaust. Mach's gut. Bis dahin. Dein World Control RC.